wir haben noch nie gegeneinander gespielt das wird jetzt unser erstes spiel und ja wir schauen mal wer wen abzieht oder wie es ausgeht so starten wir ein oder ich bin nicht gespannt ob du so ein skiller bist oder ob er ja das kommt jetzt ich denke du bist du und kommt bunker kontern bist ich bin nicht zufrieden also mit regulierung bin ich nicht überhaupt nicht zufrieden muss da was anderes holen alex oder so er mich auseinander genommen ich schwöre ich dachte so erster schuss aufs tor weißt du so einfach ich dachte ersten schluss aufs tor will zu bringen erst mal auf einmal macht easy save alles bitter nein ich dachte oh junge wohin denn du schmörer kind aller ich schwöre gegen dings gegen loom ist kein spaß der also ich muss sagen bis jetzt besser gegner also so vom spitz noch ekelhaft ich spiele auch übertrieben ekelhaft aber das habe ich mir fifa 20 angeeignet weil jeder so gespielt hat untergang jetzt mein spieler wollen auch gar nicht dicker bruder auf gott ich krieg meine packung des lebens glaube ich habe so gehofft dass ich nicht auf dass ich also es ist noch früh bei fifa geht alles ne aber ich habe echt gehofft dass ich mit großer fresse kann eine klatschkriege ich darf sich höre das ding zu spät immer mit rücken zum tor und wenn du merkst ja ich mache dann gib ihn das war das ich komme nicht raus oder mein spieler machen faxen nein komm der geist aber kreis im spiel gleich ich schwöre 1 wo so umstellen ich muss ganz klar und schnell noch gehen die kabine feuer deine spielern das video die gleich haben siemens ich habe 27 prozent bei besitz ich bin ehrlich weil ich mein ganzes leben Digga, ich schwöre auf meine Mutter, da hab ich sie hingedrückt, man! Wohin, Digga? Ich schwöre, ich raste gleich aus, ich mach gleich was kaputt, Digga. Oh mein Gott. Das kann nicht sein. Guck mal, Digga, der war blank, Preet war blank. Einfach Fresse halten, ich schwöre, ich muss mich echt konzentrieren, Digga, sonst... Viel will auch grad nicht. Das Spiel hasst mich gerade, ich schwöre auf mein... Das Spiel hasst mich, Digga. Geil! Oh mein Gott. Ja, Bruder, jetzt endlich mal ein schöner Pass, Digga. Endlich mal ein Pass, der auch ankommt. Ja, nice, der war gut gespielt. Endlich ist auch immer das, was ich wollte, passieren. Junge, Junge, Digga. Bitte, Bruder Torwart, rückte meinen Arschel an. Digga, grätsch doch! Warum grätsch dann nicht, Digga? Guck dir das an. Digga, Aua, Aua, Digga, der Torwart saust wie Dings, Baby. Ich schwöre, der Torwart saust wie ein Baby. Oh mein Gott. So ein Keper auf Rücken. Digga, drück ich R2, ich drück doch R2, Bruder, du hast 93 Tempo oder so. Wieviel hättest du gehabt mit 3-0 hin im Spiel? 6-4, Bruder. Okay, ich schwöre, ich bin ehrlich. Was war das? Was war das? Was war das? Oh mein Gott, ich glaub das grad nicht. Was war das? Oh mein Gott. Er macht nix zu sein. Er macht nix zu sein. Wo ist der Torwart, ey? Oh mein Gott. Oh, Aua, ich schwöre, der hat wehgetan, Bruder. Was soll ich sagen, Digga, ich schwöre, er dominiert mir nach Strich und Pfaden. Kann man nix machen, ich schwöre. Hast du schon Weekend League gespielt? Nein. Ich hab eine Weekend League gespielt. In den ersten 5 Spielen ist alles gut gegangen. Und dann kamen die Spiele, wo meine Spieler Eigentore gemacht haben und nichts mehr konnten. Kein gerader Pass kam an. Dann hab ich dieses Spiel so gesehen eigentlich gequittet. Seit der ersten Weekend League spiele ich eigentlich gar nicht mehr. Weil ich gar keinen Bock mehr hab. So gesehen. Ja, Upside, oder was? Er bannet einmal das Spiel, Digga. Bis Respekt. Ah, ja, Mann. Ich würde das von mir in der Herzen wegfahren. Ja, Mann. Was soll ich sagen, Digga? Tut mir leid. Du hast gefickt. Braucht dir nicht leid, Bruder. Du hast mich gefickt. Du hast mich einfach auseinandergemacht. Ja, der Scorpion Kick war ein bisschen respektlos. Ja, safe. Ja, guck mal, du hast einfach eiskalt, Digga. Zwölf Schüsse aufs Tor, sieben Dinger gegeben, Digga. Ja, das ist einfach Chancenverwertung, ne? Ja, Mann. Also, ich baue ein... Hat Spaß, Digga. Ja, hat mir auch sehr Spaß gemacht, Digga. Wenn mir jemand kommt, sagt, Jo, komm, hol mir einen der FIFA-Kan. Ich hole jetzt immer dich, Bruder. Du bist einfach... Ich schwöre, du bist, glaube ich, echt der Beste gegen ich bis jetzt gespielt habe. Ja, das ist nice. Schön zu hören. Auf jeden Fall, Leute. Man hört sich. Und ich wünsche mir, mein nächster Gegner, der sich meldet, äh... Der wird ein bisschen schlechter. Ich bin gespannt. Ja, Mann. Willst du noch was sagen, Bruder? Du hast das letzte Wort. Liked auf jeden Fall das Video. Oha. Abonniert, wenn ihr nicht habt. Glocke an, nicht vergessen. Und gönnt euch die ganzen Vlogs, diesen Baba. Ja, Mann. Kuss. Ciao, ciao. Ciao, Jungs. Impfrate auf Dinge gerention werden nicht langsam das Modell, Wir sehen uns. Und wir sehen uns. Vielen Dank.